Hallo und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ihr fragt euch vielleicht, was das hier ist. Das ist ein Kuchen mit einer Tausend drauf. Den hat Eva mir gebacken. Eva von Tolle Wolle 24. Das ist so lieb. Danke, Eva. Und das ist, weil der Kanal Do-It-Yourself-Inspiration jetzt über tausend Abonnenten hat. Und ich freue mich da total drüber. Ich hätte damals, als ich den Kanal eröffnet habe, nie gedacht, dass so viele Leute meinen Kanal abonnieren werden. Und ich möchte mich mit diesem Video einfach mal bei euch bedanken. Es ist wirklich so nett, dass ihr immer so schöne Kommentare darunter schreibt. Immer fleißig habt ihr den Daumen nach oben drückt. Und ich freue mich so, wenn ich diese Videos für euch machen kann und euch damit glücklich machen kann. Und deswegen euch allen vielen, vielen Dank. Danke für alles. Bleibt meinem Kanal treu. Und wir sehen uns in vielen weiteren Videos. Tschüss.